Was geht ab Leute, JimmyKoo is back mit einem nagelneunen NetSnapper wie Battlefield 1 Ich habe gerade eine geile Runde aufgenommen, aber habe gemerkt, dass ich doch nicht aufgenommen habe, was mich ziemlich abgefuckt hat Deswegen versuche ich hier irgendwas auf die Reihe zu bekommen, falls das überhaupt möglich ist Aber... Zweifelig Von daher denke ich mal Genieße es einfach, wie ich fehle Und ja Ok, eigentlich kann ich einfach nicht richtig sein wahrscheinlich Ok, die haben wir richtig gut reingenommen Sehr gut 5 Points am Schlüssel, Dankeschön Ok Logisch 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 Und logisch Keine Sannis Keine Sannis Und jetzt kann man anfangen Schon mal Auf den Knopf zu drücken Da hat man Keine Zeit verschwendet Oh Färde kann man nehmen Ne Kein Bedarf Kein Bedarf Oh Oh Komm, lass mich doch mal rüber spielen Auf jeden Fall nicht Wann nicht Oh shit Augen auf! Sanitäter! Oh 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 Ok, ich bin gut, aber seine Täter ist so weit, ich weiß in der Nähe, sehr gut. Da ist nur ein One-Shot, Alter! Wie? Die fünfstehenden Schieten! Was ist das? Wo liegt der da? Ok, so. Ja man, weiter geht's. Leute man darf nie demutiert sein, wenn man aufs Maul bekommt. Aber ansonsten verkackt man sowieso. Oh nein 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 nein! Hey der Bastard, er hat so Glück nicht. Keine Sanis unterwegs? Ach Schaden, Schaden? Was soll ich machen? Aber was soll ich machen? Ich wirkt den Kupfer. Ahlala! Ahlalala! 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 Ah, ich nicht gestillen. Ok, der ist hoch, der ist auf. Die Muttern in den. Ja ähm. Und? Auch sonst leise haben wir mal die Jutsge. Ich glaube, dass ich mich nicht nur ein und ein Mutli Streiter spiele. Oh. Das ist ein Schick, wie ich so an... Keine Kay wurde da auf dem Trämmuch. Vielleicht ist er nicht der Fall nirght... ...fuck. Dann muss er auch irgendwann liegen. Oh. Ey. Die Ku geht es nicht. ich habe keine gay-bullets mehr, das heißt weiter im papal-kampf das sind eigentlich safe-hitter, das sind safe-hitter da, 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 da Ja, das ist ja krass. Ich bin hier verpackt. Ich bin hier verpackt. Ich werde mit Granate auffassen. Ich habe alle gekürt. Ach, ich kann es nicht so gehen. Ich bin schon alle verarscht. Ich bin schon alle verarscht. Ich bin schon alle verarscht. Guck mal, wie viele hier rumschütteln. . . . . . . . . Ich habe das QB Leitfell flashe ich, ich habe einen Sehr gut Ich werde es ich kann nicht mal auf stich gehen sieben nur noch drei dann können wir die martini händen freistellten das gefällt mir natürlich um so einiges mehr stehen wir immer so wir haben noch die helfe ich habe auch 150 meter so so wieder auf 50 unterscheiden das bloß vor der pannk nehmen sollte oh wo die alle das ist genau so für sich Wir haben den Sektor gesichert. Ich bin in der Mitte, ja? Sperre gesichtet! Das sind safehörer. Das sind safehörer. Wir sind in der Mitte. Ja. Sperre noch hier? Ja. Sehr gut. Okay, wir sind in der Mitte. Wir sind ausgesucht, Leute. Ich habe nicht gesehen, aber ich habe nicht gesehen. Unter bedingten Maßnahmen könnte das erscheinen. Okay? Ja. Wir sind immer im Haus. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Das sieht schon mal gut aus, aber das sind wirklich sehr viele. Feinde zu sehen. Wir haben noch die Hälfte unserer Drucken. Oh nein, ich schätze, dass man geht. Ja, ich Box. Das ist ein, in der Mitte. das ist ja gut, dass man funktioniert. Aber ich habe ihn bisher nicht angenommen. Das ist ja ehrliches Mal. Ja. Wie noch mal. Was hat die Hälfte? Ich habe das für das für das für das für das, das hat uns auch nicht angenommen. immerhin nicht ja komm ja komm ich schieb dir in den Häusern ich muss da hier so Granate raus ich schieb dir noch hier ich schieb dir noch hier ich schieb dir ich schieb dir oh ja naja oh komm das finde ich ziemlich gut ich bin jetzt auch noch rein im Spiel hier 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 wow 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 god ok wie ich das Brieb es Olha hier ich hier hier kann ich immer falsch Meli, ich bin neben dir, Meli Du bist so ein Vollidiot, Meli Ich bin mit Kugeln Du scheiß Typen Ich will den scheiß Panzer da holen Das ist irgendwie normal Komm 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 Los, 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 los Los, 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 los Los, 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 los Sehr guter Schwer, muss man sein Ja, muss ich mir selber auf die Schwerter glöpfen Normalerweise schaffen sie das nicht Wenn er es so auf Oh! Pass auf Wir wollen Meli sein, dass er noch nicht Okay Okay. Ja! Feindliches Maschinengewehr! Scheiße, das ist sehr gut! Okay. Sturmsoldaten, Sichtweite! Sturmsoldaten, Sichtweite! Sehr gut! Feindsoldaten, Sichtweite! Was ist los, Mann? Was ist los, Alter? Wie treff ich dich? Wie? Was geht doch gar nicht bei mir? Ich bin so schlecht, dass ich nicht mal die Typen, die vor mir sind und ich vorschreite, wenn sie sich mit dem Rücken zu mir drehen. Ja, der hat so wundet. Ja, der hat so wundet. Das ist ja die Scheiße. Ich brauche die Väter, wenn sie mich hier hochnehmen. Na, da ist... Ich... das können wir nach Hause kommen. Okay, der fand es auch da. Und das ist... ...verrückt... ...auf dem... ...schreiben gerade. Einmal eine Sichtschluss-Fahrneuer und dann raus gehts. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir haben das Ziel erobert! So, das ist nicht so viel. Wir haben noch 50 Soldaten. Wir haben noch 50 Soldaten. Wir haben noch 50 Soldaten. Ergitten! Wir haben noch 50 Soldaten. Ergitten in den Küche. Hier sind die Gene. Wir haben einen Schlag. Sicher für den Sinn. Ich werde das nicht schnapp. das ist ja mal die 11 das ist ja das ist ja die 3 Nonstop? Nonstop? Immer Ja, Mann Wo sieht das aus? Ich salutiere vor euch Männer Ihr habt gekämpft wie Löwen und diesen brutalen Gegner vertrieben Aber lasst uns nicht ruhen Hinterher Männer, in die Wüste Wüste Sinai steht auch Nach den Wüsten den Suezkanal gesichert hatten verfolgten sie die osmanischen Truppen in die Tiefen der Wüste Sinai Hier hatte die osmanische Armee provisorische aber stabile Verteidigungsanlagen errichtet Boah, schon mal ne schnieke Runde Hat Spaß gemacht auf jeden Fall So muss Battlefeed sein Wir verfolgen die osmanen bis tief in die Wüste Sinai Einem so weitläufigen Gebiet dass ich mir unbedeutend vorkomme So zeitlos, dass ich an jene denke die vor uns hier waren Wir werden eine Schlacht schlagen wie einst die Römer Auch unsere Einsatzziele sind Städte mit mythischen Namen Jerusalem Nazareth, Damaskus Wenn die Ruinen um mich herum sprechen könnten würden sie uns warnen vor uns selbst Hört sich interessant ab Sinai Schade 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 Das ist so lange da muss ich Scheiße 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 Ist doch entonces Ich2 Du k***o! Auch da! Feindlicher Sperre gesichtet! Hey, scheiße, kommt der reinen. Ey, safe! Das ist eine ihrer Soldaten! Ich werde nicht starken elementen! Ich habe Kontakt zu einem folglichen Soldaten. Was macht das denn hier? Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Scheiß ich bin drüben. Fahrzerzug da drüben. Der haben wir auch. Hä? Hä? Irgendwo ist das. Was ist das? Was ist das? Oh, Pahne. 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 Nein, Mann. Sonny, komm. Oh, Pahne. Wir sind auch. Uh, Pahne. Oh, Pahne. ich habe hier ein halbierter ja nicht da läuft wieder so ne sehe ich den Typen da da an den anderen nicht stehen oder? das ist der da ja Aufpassen, feindlicher Soldat! Unfassbar. Unsere Teemates laufen ins verdammte Feuergefächt. Und auf meinen verdammten Tod. Du liegst hier, Alter, 500 Kilometer entfernt von den ganzen Leuten. Einem der Helikoppaar. Wo ist die Lasten? Da ist der Weg in Bayern. Wie sehen wir das? Was ist das Leid? Das ist das Leid. Ja man Alter das ist aber ein verfickter White Schuss gewesen. Oh mein Gott! Oh mein Gott Alter hätte ich jetzt niemals geglaubt! Nein 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 Nein. Wir haben einsatzziel albert erobert Scheiße Sanitäter liegt da auch wahrscheinlich rum Was ist das? Oh mein Gott! Was ist das? 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 Das ist doch nicht so! Die Scheiße! So unfair! So unfair! ich habe ein kleinschuss hier und hier kriegt man in den nacken wir haben einsatz ziel albert irgend welche befehle wer ist denn was ich weiß wo 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 ja 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 So, weiter geht's. Oh. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Säubert den Sektor von Feinden. Nein, Mann. Ich wusste, dass du mir gehörst. Du hast bestimmt gesagt, dass du mir gehörst. Okay, du bewegst dich gleich in der Mitte. Du auch. Ich verstehe jetzt nicht. Wie man den da nicht sehen kann. Wie man den da nicht töten kann, ey. Das ist für ne Schlüsselshitz. Okay. Okay. Das ist voll leichter. Wo? Oh mein. Nein. Wir haben wirklich alles getoppt. Der toppt alles. Unfassbar, komm. Was macht der da, Alter? Was ist hier los, Mann? Was ist hier los, Mann? Was ist hier los, Mann? Was ist hier los? Was ist hier los? Wie scheiß Hyänen. Hier stehen wir auch da oben. Irgendwo. Ich muss uns bewegen sehen. Kannst du das nicht ändern? Wir haben den Sektor erobert. Entsäubert den Sektor von Feinden. Wir haben den Sektor gesichert. Faltliches Flugzeug. Oh Gott. Oh. Oh. Oh so scheiß Flugzeug. Kill holen ey. Oh mein Gott. Wir haben natürlich ein paar Sniper Camper gefunden. Das sind locker 300 Meter. Feindlicher Soldat gezichtet. Okay. Machen wir mal runter 50. Seht ihr? Das ist meine Ehre. Wow. Ich bin auch so'n scheiß. Ziele. Komm. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Alter, Alter, Alter! Ich strebe auch nur den Stein. Das ist jetzt grad ein Sniper Camper. Der extra Klasse. Soldat gezichtet! Der Stein. Der scheiß Stein. Ich fahre. Der Weih-Mutter rein. BK-Wanke. Feindlicher Panzerwagen! Ein Sanitäter von der Gegenseite! Schatz! Panzergesächtet, aufpassen! Oh mein Gott, die Armut! Jawoll! Fuck! Vier! Hohohoho, shit! Tschüss! Fuck, Alter! Wo war das Geld? Ja, was kämpfst du da rum, ey? Was kämpfst du da rum, ey? Was kämpfst du da rum, ey? Ja, ist schon gut. Ich muss nie jetzt schon mal aufgehen, Alter. Wir haben den Sektor gesichert. Ich muss nie jetzt schon mal aufgehen, Alter. Wir haben den Sektor gesichert. Oh, kein Brieger. Oh, was? Wo kommt irgendjemand? Egal, kommt Leute, jetzt spielen wir ein bisschen Sturmsoldaten. Versorgungssoldaten. Das ist irgendwo. Das ist auch nix. Das letzte Einsatzziel ist zum Greifen nah. Oh! 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 Was zum... Oh, hey, so du Scheiße. Komm, komm, lass mich einfach spawnen. Wir haben noch die Hälfte unserer Tuch. Wir haben noch die Hälfte unserer Tuch. Wir haben noch die Hälfte der Tuch, die wir haben. Stopp, stopp, stopp. Im Moment haben wir da. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ich will mich nicht mehr davon machen. Ich habe das St since. Der Herr ist Dom. Sie müssen dann gleich auflaufen. Das ist ein Scheißfeld. Oh mein Gott, ich fliege das nicht mehr, ich weiß nicht. Scheiß Flammenwerfen, ey. Vorwärts, fort! Was ist denn los, Alter? Verdammte Scheiße. Ich will die Flammenwerfen aufziehen. Ich will die Flammenwerfen aufziehen. Ich muss mich noch mal aufziehen. Ich weiß nicht, ob ich die Flammenwerfen habe. Wir verlieren Einsatzziel Werker. Wir haben Einsatzziel Werker. Wir haben Einsatzziel Werker, hallo. Ich weiß nicht, ob wir sind zu groß geworden. Ich weiß nicht, ob wir sind. Fein verwundet, aber fein gestörtet, ne? Ja, Bewegung. Hat jemand Munition bestellt? Wir haben Einsatzziel Werker erobert. Vorsicht Jungs, ich werfe eine Granate. Sehr gut. Oh mein Gott. Wo, 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 wo. Das Schüsse war, was ich, oder? Oh, F***, was ich. Wir haben Einsatzziel Werker erobert. Hier, Munition! Wo. Wir haben Einsatzziel Werker verloren. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben Einsatzziel Werther erobert. Wir haben noch Zehn. Noch Zehn oder anderes. Noch Zehn oder anderes. Ich bin Herber. Oh. Hinter dir, Mann. Könnt ihr das nicht sehen, Alter. Voller scheiße. Ja, er ist unter dem Schuss. Ist ein Panzer, okay. Aber ich kann doch da reinjoineln, Alter. Was? Okay, 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 okay. Oh mein Gott, diese scheiß Mondragon, Alter. Wir haben noch 50 Soldaten. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Ich bin hier! Let's kill! 18.8. Wir hatten Spaß. Ich hoffe ihr auch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Jimmy Cool, die Briten haben die Osmanen besiegt. Tschau Leute.